Die Corona-Quarantäne im Hotel aussitzen, das freut die Allerwenigsten, die eigentlich Urlaub machen wollten. Aber wenn es schon sein muss, dann ist es doch schön zu erfahren, dass man die Kosten dafür nicht selbst tragen muss. In Wien zahlt die Stadt all jenen TouristInnen ein Hotelzimmer, die bei ihrem Besuch positiv getestet werden und sich erstmal isolieren müssen. Es ist ein Hotelaufenthalt mit garantiertem Einzelzimmer. Knapp 200 Betten gibt es in dem Fünf-Sterne-Hotel am Ring. Viel hat sich für die Quarantäne-Gäste nicht geändert. Nur bei der Hygiene ist nachgeschärft worden. Derzeit sind alle Betten frei. Sie sind für TouristInnen und Touristen, aber auch für Menschen aus Wien reserviert. Es würden Menschen aufgenommen worden, die entweder in der Unterkunft, in der sie sich befinden, keine Quarantäne wahrnehmen können, weil die Raummöglichkeit nicht gegeben ist. Reisequarantäne, die sich auch ständig ändert. Auch hier bieten wir die Möglichkeiten, aber auch bei Familien, die in beengten Wohnräumen sind, hier die Quarantäne für die 10, 14 Tage wahrzunehmen. Die Zusammenarbeit mit einem Luxushotel ist dabei eher ungewöhnlich. In diesem Fall ist das Hotel natürlich dafür besonders prädestiniert. Zeitlich, weil wir einen großen Umbau planen, der das Hotel de France wieder in vollem Glanz erstrahlen lassen möchte. Aber auch eben genau in dieser Planungsphase der Stadt Wien, beziehungsweise erkrankten Personen zur Verfügung zu stellen ist. Alle Quarantäne-Gäste werden auch medizinisch betreut. Organisiert wird das Quartier vom Samariterbund und den Johannitern. Wer positiv testet, wird von einem eigenen Isolationswagen abgeholt und hierher gebracht. Ein Check-in der besonderen Art. Das Gute und das Schöne an diesem Hotel ist, dass sie ein Zimmer mit Bad und WC haben. Das heißt, sie haben eine kleine Wohneinheit. Sie bekommen dreimal am Tag selbstverständlich ein Essen. Wir haben hier auch die Möglichkeit zu fernsehen. Der einzige Nachteil ist, sie können das Zimmer nicht verlassen. Ein kleines Zugeständnis, das wir machen. Wir haben eigene Rauchmöglichkeiten geschaffen, wenn wir nicht dazu sind, hier den Leuten das Rauchen abzugewöhnen. Zahlen muss man dafür übrigens nicht. Die Kosten für den Aufenthalt werden von der Stadt übernommen.